Sie sehen so diese ganzen Burgen und so, ich glaube die letzte Stufe ist ab 7 oder ab 8 und dann geht schon die schwierige, ist dann schon die Fischertechnik. Das ist dann schon für die großen Jungen so der Mädchen. Ja, das habe ich gesehen. Vielleicht hat sie Geburtstag gehabt, vielleicht wollen sie zum Geburtstag in Brünnchen werden, dann haben sie das Schloss wirklich. Da gibt es dann so, da war so ein großes Haus mit dieser Küche oder so. Und ich habe so Küchenangriff sogar zu 100 Euro gekostet, in der Bauküche. Schau mal, der Glemmobil und Ego, die Neuheiten zum Freund haben immer ausgekauft. Oh, was haben wir denn da alles? Kommen die jetzt alle ins Schiff? Oh, was haben wir denn da alles? Nein, was ist das? Das ist Zebra. Der Elefant. Schau mal. Das ist der Kapitän. Das ist der Noah. Das ist der Noah. Er setzt sich frei ins Internet, deine Logik. Dann müssen wir das Licht machen. Noah, wir können Sie hören, dass du das sprach. Ja, das kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Das ist das, was wir haben. Okay.